Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier wird auf diesem Kanal sofort und gleich. Und ja, Leute, heute versuchen wir mal YouTuber zu erraten. Also die App heißt YouTuber Errat. Ich hab einfach mal geguckt, weil ich versuche es mal ein paar andere Spiele so hochzuladen. Und ja, wir haben jetzt hier anscheinend so ein Feld. Können wir da reinklicken? Irgendwie, wer ist das? Da kann man anscheinend reindrücken. Das ist... Paluten. Oh Gott. So. 4 Points. Wenn du versuchst, den Grund zu finden. Grund zu finden. Ja. Perfekt. Ähm, super Werbung an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau. Felix Trump. Ähm, was haben wir hier? Wir versuchen jetzt mal ein einziges aufzuwirken und daran das zu erraten. Also wir machen mal hier. Das müsste Pete's Meat sein. Aber... Aber... Ja, Pete's Meat. Hier unten ist ein bisschen ein Fehler. Ich würde sagen, dass es... German... German... Let's... Let's... Play... Placed. Ja. Richtig. Ähm... Ich guck mal. Wir gucken einfach mal, ob wir es anhand... Also ohne in irgendeiner Weise ein Kaltchen aufzuwirken, um es hinbekommen, diesen YouTuber zu raten. Ich würde sagen... Okay. Das ist ein bisschen los. How long can you survive? Super Werbung muss ich sagen. Also, ähm, ich mag auf jeden Fall Apps mit Werbung. Das ist immer perfekt. Ja. Uh, toll hier. Es wird aber sowas Tolles gemacht. Also, kann ich mir echt überhaupt nicht vorstellen, sowas Cooles zu spielen in irgendeiner Weise. Ja. Ähm, will die Werbung auch mal irgendwann aufhören oder was ist hier los? Darf ich jetzt auf den X drücken? Ich will nicht spielen. Ähm, da, X. Gut. Ähm, hier ist es relativ schwierig, es ohne den Buchstaben zu erraten. Oder, ich weiß gar nicht. Füttern, hier. Das ist Gronkh. Gronkh, ja. Vier Buchstaben, drei Buchstaben. Ich würde es sagen. Ja. Danke. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Eins, zwei, drei. Tschuldigung, Bern. Verdiene Geld beim Spielen. Ja, perfekt. Äh, super. Das halbe Video besteht aus Werbungen. Sammle M-Coins. Erhalte tolle, äh, tolle Prämien. Fit Play. Ja, großartiges Spiel. Ähm, fünf Buchstaben und fünf Buchstaben. Ja, ich würde sagen, ziemlich einfach die App. Ähm. Ähm. Äh. 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 Das läuft. Das läuft. Oh. Äh. Genau. Stadt, Land, Fluss. Ähm. Ich glaube... Julien... Co. Oh leid! ... Dieselbe ist so leicht! Und wir kriegen wieder eine Werbung, Leute! Ihr könnt hier Leuten Essen verkaufen! Was eine spannende App! Sorry! Großartige App! Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare! Hashtag Werbung soll aufhören! Das wäre super nett von euch! Mach einen Burger für die Kunden! Geht ja gar nicht! Perfekt! So, jetzt gucken wir uns den nächsten YouTuber an! Jetzt ist es schon ziemlich schwierig, in irgendeiner Weise sowas anzuraten! An den Buchstaben! Äh... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ach, ich weiß nicht! Ach Gott! So... Ich würde sagen... Wenn ich jetzt eins nicht schaffe ohne... Also wenn ich jetzt irgendwas nicht schaffe... mit einem Häschen aufzumachen tun... mit einem Häschen aufzumachen tun... dann... ich würde sagen... ist das Video geendet! Das ist... Das ist... Um... Ges... 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 Ja! Pffrrr! Das ist Emra... Oh! Schwerer als du denkst! Verlieren Sieg! Ja! Genau! Äh... Viertel und Dünn! Freitag und Montag! Really? Ähm... Egal! Was haben wir hier? Upper Red? Oh! Perfekt! Revi? Kann das sein? Vincent? Ja! Richtig! Entshaft! Warum Luca? Warum nicht ConCrafter? Egal! Disney Heroes Battle Mode! Er ist perfekt! Ja! Super! Toll! Disney Heroes Battle Mode! Ja! Dann kommen wir zum nächsten YouTuber! Und zwar... Das verrate ich nicht! Oder? Noch mal? Die Pfeffel? Na gut! Äh... Boah! Äh... Das werde ich nicht erraten! Hä? Also den YouTuber kenne ich an sich auch überhaupt nicht! Ganz kurz! Ape Crime TV! Was?! Okay, gut! Also diesen YouTuber kann... Das werde ich auch nicht erraten! Oder? Muscle Score? Ne, wer ist das? Ach, egal! Ich guck nur einmal kurz... Line TV! Gut! Ähm... Also wenn euch das heute Video gefallen hat... Dann würde ich mich selber lecken! Und... Tschüss!